Gut, dann beginnen wir mal mit diesem schönen Paket, nämlich der Querbox. Diesmal, also nicht sehr schwer, halt etwas schwerer auf dieser Seite. Und es waren schon ganz viele tolle Sachen in der Querbox drin. Ich kann mal vielleicht... Mein Lieblingsteil aus der Querbox war nämlich... Oh, fast runtergefallen. War nämlich diese schöne Minikamera. Eine Pocket-Kamera, voll niedlich. Und der Film, also das da ist der Film, der ist sogar größer als die Kamera selbst. Das war eigentlich so mein Lieblingsteil aus der Querbox. Und ich hoffe mal, dass wieder so etwas Tolles da drin ist. Es war auch schon mal eine... Scheiße, jetzt war ich eine Lochkamera, heißen die, glaube ich? Pinhole heißen die. War auch schon mal drin, die hätte ich gerne gehabt. Das war aber schon... Da war... Bevor ich die geholt hatte. In der Querbox war die drin. Und ich will da irgendwie... Selbst kaufen will ich das nicht. Wenn dann will ich das so... Ja. Auf jeden Fall... Äh... Die Querbox ist eigentlich wie so eine Loot-Chest oder Loot-Crate für Foto-Begeisterte. Ja. Sieht aus wie eine sehr auffällige Spionage-Kamera, die man in den Hut setzt. Ja, sehr auffällig. Am besten so... Dann die Linse irgendwie so als Knopf oder so. Ja gut, wir öffnen das gute Ding einfach mal. Ich hoffe mal jetzt nicht... Ah! Dass das zu laut wird. Ich glaube, das geht. Ach, das ist immer alles so schön eingepackt, weil jetzt gleich geht das große Knistern los. Ihr seht, ne? Oder du siehst. So. Das ist... Ein Haufen Papier. Ähm... Okay, ich glaube, hier ist nichts drin. Das ist einfach nur... Ja. Das ist einfach nur damit, dass... Ja. Nicht... Rumpwedelt. Ach, guck mal! Der Confi-User. Schon ewig nicht mehr gesehen. Ja! Ähm... Dann haben wir ja auch, wie bei den normalen, ähm... Loot-Kraten oder was auch immer, haben wir hier so ein Pamphlet, wo drinne steht, was wie viel kostet. So, dann haben wir hier... Oh, das ist aber schwer. Dann haben wir hier was schön eingepacktes. Das lege ich schon mal hier hin. Geil! Ich habe ja sowas selbst gebastelt das letzte Mal. Und jetzt habe ich hier sowas. Dann haben wir hier, äh, wieder so ein Briefunschlag. Da ist so ein, ähm, von... Oh, jetzt muss ich den Namen zusammenkriegen. Saal. Saal... Print? Druck? Saal? Druckerei? Keine Ahnung, irgendwie sowas. So ein Bild drin. Das habe ich auch das letzte Mal. Das war auf so einem schönen... Ich weiß nicht mehr, was es war auf jeden Fall. Das ist das Bild gewesen, was da drinne war beim letzten Mal. Fand ich sehr schön. Habe ich mir hier auch auf meinen Schreibtisch gestellt. Und das war es schon. Das ist diesmal aber... Aber gut. Dann haben wir hier... Sowas habe ich mir das letzte Mal selbst gebastelt. Das ist so ein Aufsatz. Prisma Aufsatz nenne ich es mal. Was ist das denn? Eine Lupe in Kameraoptik. Jetzt muss ich überlegen, wo ich das hingetan habe. Dann kann ich euch das nämlich mal zeigen. Ich glaube, es war aber... Irgendwo hier. Ein Moment. Ein Moment. Ja, da ist es. Und das habe ich mir selbst gebastelt. Ich habe mir ein... So ein... Wie nennt sich das? So einen komischen... Ich habe mir so einen Ring gekauft. Dass man auf das Objektiv schrauben kann. Damit man ein anderes Objektiv noch da drauf schrauben kann. Was einen anderen Durchmesser hat. Und das habe ich mir selbst gebaut. Ich hatte mir so eine Brille gekauft. Wo diese... Ja, Gläser drin waren. Die habe ich dann rausgenommen. Und habe die hier reingeklebt. Und damit kann man dann schöne Fotos machen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Muss ich aber mal tun. Vielleicht... Ich halte die mal vor die Kamera. Vielleicht funktioniert das ja. Ja, guck mal. So sieht das dann aus. Nur dass diese hier halt ohne diesen Regenbogeneffekt ist. Gut. Dann fangen wir mal an hier. Kamera Kaleidoskop. Aber wie funktioniert das? Oder ist das einfach nur so zum Durchgucken? Ich weiß es nicht. Aber man kann das... Ich glaube, das ist hier dran fest. Weil es ist viel kleiner als meins. Also viel, viel kleiner gefächert, sag ich mal. Spiegelig. Ja, auf jeden Fall. Da muss ich... Ich muss mal gucken, was ich... Weil das würde perfekt für eine Polaroid-Kamera von der Größe her passen. Da muss ich mal gucken, was ich damit mache. Auf jeden Fall so. Das wird niemals in diesem Zustand bleiben. Hier weiß ich schon, was da drin ist. Aber ich würde sagen, wir fangen erst mal mit dem ausgedruckten Bild an. Oh, diesmal nicht auf... Was ist das denn? Das sieht ja lustig aus. Moment. Den behalte ich mir bei dem Briefumschlag. Der ist nämlich schön. Das ist ein ganz kleines Wohn-Ding. Das ist unbeschreiblich irgendwie. Das sieht lustig aus. Das ist eine Toilette, ein Bett. Was ist das da unten? Genau, hier unten ist der Herd. Da ist der Herd. Das ist quasi eine Wohnung in einem, weiß ich nicht, einen Quadratmeter großem Raum. Finde ich irgendwie lustig. Und halt Dusche. So eine kleine Wandlampe da. Aber ich fand das andere Bild schöner. Vor allem auch von der Haptik irgendwie. Aber gut. So. Ich würde sagen, das heben wir uns fürs Ende auf. Das ist sehr schwer. Hier weiß ich schon, was hier drin ist. Denn es wird immer eine Zeitschrift mit geschickt. Oh. Was ist das denn hier? Fotografie. Unser Buch... Unsere Buchempfehlung für Sie. E-Book-Gutschein. E-Book-Gutschein. Falls jemand Interesse daran hat, da ist ein Code. Hallo, Kamera? Da. Falls ihr Interesse daran habt, könnt ihr den einlösen. Wer als erstes kommt, mal zuerst. Oder vielleicht geht er auch für mehrere Leute. Äh. Was haben wir hier? Textildruck mit Solar. Solar Pass. Ich hab das schon mal gelesen. Das war... Ich wollte das, glaube ich, mal kaufen, dieses Solar-Zeug. Was ist das da drinne? Das war nämlich so teuer. Da hab ich das dann doch nicht gekauft. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Digitalfoto. Da hab ich wieder ein bisschen was Klolektüre-mäßiges. Da sind so teure Sachen drinnen und so. Würde ich mir niemals kaufen. Irgendwie so ein Objektiv für, weiß ich nicht, 3000 Euro. Aber das ist auch interessant hier so. Farben im Wasser. Klar. Oh, die CD ist rausgeplumpst. So. Was ist da drin? Ah, Moment. Hier ist so ein durchsicht... Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir das hier mal aufmachen. Ich hab hier auch eine Schere. Ich bin nämlich vorbereitet. Ein bisschen. Ist sehr schwer. Aber ich denke, das ist dann halt diese komische Entwicklerpaste oder sowas. Oh, was? Oh, Moment. Wir haben hier drei Sachen. So, wir haben hier einmal... Genau. Solar Fast Sun Light Developed Dye for Paper and Natural Fabrics. Haben wir hier einmal da so ein Tübchen. Das ist sehr flüssig. Ja, natürlich. Aber ich geb das nicht aus der... Flüssigwaschmittel für Textil. Okay. Und? Irgendwas... Lubitel. 20% Lomographie. Was ist das? Ich glaub, das ist ein Schlüsselanhänger. Mit ner... Doppeläugenspiegelreflexkamera. Und... ne superschöne Filmdose. Filmdose. Die mag ich. Und da haben wir hier... Und da haben wir hier... Klappe, da kann man dann oben reingucken. Die wollte ich gerne haben. So ein... So ein Abklatsch von ner... Was war das denn? Ne Rollei? Irgendwas. Aber die ist... Die ist... Die ist schön. Ich weiß noch nicht, wo ich die hintue. Aber ich hab mir dann... Kann ich dann ja grad mal... Ich weiß gar nicht, ob das... Das war, glaub ich, in meinem letzten Video gar nicht mit drin. Ich hab mir anstatt dann dieser Kamera, weil die ab 100 Euro angefangen hat... Ob ich sie denn hinfahre? Ich glaub, ihr habt grad meinen Speck gesehen. Ähm... Hab ich mir dann Hiddy hier gekauft. Jetzt muss ich die erst mal wieder losschrauben. Da muss ich mir auch mal... Der Kastofieber, hallo! Ähm... Da muss ich mir mal... Jetzt krieg ich die hier nicht raus. Doch, jetzt. Muss ich mir mal Film verkaufen. Rollfilm. Weil ich wollte ja eigentlich... Diesen Sommer wollte ich die ausprobieren. Das ist nämlich so eine. Die ist mega cool. Aber da muss man noch alles selbst dran machen. Also Belichtung einstellen und so. Die ist so cool. Ich liebe die. Ach, ja. Aber da muss ich mal gucken. Jetzt muss ich die wieder zusammenkriegen. Moment. Ne, das mach ich lieber gleich. Ich hab die schon längere Zeit nicht mehr offen gehabt. Stell die lieber weg, nicht, dass die mir noch vor Kamera kaputt geht. Ja gut. Aber, ähm, dann haben wir hier Fotogramme, genau. Fotogramme. Sowas wollte ich machen gerne. Nur, das war halt... Das war mir zu teuer irgendwie. Und das war dann nur sowas Kleines. Ähm... Da kann man nämlich... Genau, da kann man... Da nimmt man sich so ein Blatt, glaube ich. Ich lese mir das jetzt hier nicht durch. Da nimmt man ein Blatt und da legt man ein anderes Blatt drauf. Aber vorher wurde dieses Blatt halt mit irgendeinem Zeug hier eingerieben. Da legt man dann das Blatt, also eins vom Baum, legt man dann so da drauf. Und dann nimmt man das nach, weiß ich nicht, 5 Minuten Belichtung oder so, nimmt man das wieder runter. Dann muss man das abwaschen. Und dann hat man so ein schönes Bild davon. Ja. Ähm... Joa. Äh... Das war die Querbox von diesem Monat. Kann man jetzt eigentlich nicht sagen, weil die letzte Querbox gab es im Dezember. Die soll eigentlich immer so... Alle zwei Monate stand, glaube ich, auf der Homepage.com. Aber diesmal hat das ein bisschen länger gedauert. Ähm... Ja, aber ich fand... Also... Weiß ich nicht. Also hier diese... Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr cool. Aber wie gesagt, das wird nicht so bleiben. Das werde ich irgendwie umfunktionieren, damit ich das an meine Spiegel... Äh... An meine... An meine Polaroid-Kamera dran schrauben kann. Oder dran klemmen kann oder so. Ähm... Ja, aber ich weiß nicht. Diese hat mir irgendwie... Da waren zwar coole Sachen drin... Aber das war jetzt nicht so... Hundertprozentig, sag ich mal. Also es gab schon bessere. Vor allem halt die mit... Dieser Kamera. Dann... Ich sag mal, dass das wieder so ein Auspack-Video war. Ähm... Ja. Aber dann... Weiß ich nicht. Werden wir uns vielleicht bei der nächsten Querbox oder so wiedersehen. Äh... Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.